Hallo zusammen! Wir haben bis zum 17. Dezember noch Zeit, um fünf Frauen in ihrem Kampf gegen Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt zu unterstützen. Nehmt euch zwei Minuten Zeit und schreibt Briefe. Millionen von Menschen machen mit. Sind auch ihr dabei? Let's go! Stellt euch vor, ihr lebt an einem Ort, wo ihr von euren Vorfahren geirbt habt. Jetzt kommt einfach ein Bergbauunternehmen, das Titan abbaut. Deswegen müsst ihr und eure ganze Familie und Gemeinschaft davor flüchten. Das ist die Situation der Nonle aus Südafrika. Sie wird aber die ganze Zeit bedroht und sie hat sogar ein Mordattentat überlebt. Helfet jetzt der Nonle mit. Nehmt euch zwei Minuten Zeit, unterschreibt den Musterbrief, schickt ihn ab auf Südafrika und macht eine Veränderung. Alle Informationen zum Briefmarathon findet ihr hier unten in der Description. Schön seid ihr dabei! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!